Hitzig, witzig, spritzig, Sommer im Renitenztheater. Wahnsinn, das Special vom 30. Juli bis zum 31. August. Da ist für jeden etwas dabei. Schauen Sie mal, da ist zum Beispiel Ernst Mantel mit Gästen, das bin sogar ich, Heideblitz und ja, Werner Kutschwara, ich glaube, ich bin mein Freund Werner Kutschwara. Hannipay ist dabei, Robert Kreis ist dabei, Bernd Kohlhepp ist dabei, der Klaus Birk, der Heinrich Delcore, Role Agent, ich kann alle gar nicht vorlesen, aber auf jeden Fall, ich würde mal reingucken unter www.renitenztheater.de. Da finden Sie auf jeden Fall etwas. Also ich gehe hin. Zwar bin ich morgen drauf wie's Messer, doch heute geht's mir schon viel besser. Früher sei ich voll die Bäumelbäse, heute gehören bei mir neue Bäse. Denn irgendetwas hat mich wach gestopft, heute mach ich Party, 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 bis es nachlöpft, nachlöpft. Ich trinke und denke, du sagst, ich fahre dich, du wachst so after, Party, Party. Da lassen wir so richtig knacken, da ist so richtig ebens Backen. Und da muss rum die ganze Schlacke, die können du einfach zusammenpacken. Wir machen Party, bis es nachlöpft, bis es nachlöpft, bis es nachlöpft.